Willkommen mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de und ich zeige Ihnen heute eine Willi Chili Garnitur namens Miro 24700 als große dreiteilige Ecke in Leder Wax Z8354 Schokolade. Ja, die Garnitur bietet viel Platz für eine ganze Familie. Sie haben hier sechs Sitzplätze. Sie haben hier eine Rekamere für Mama oder Papa zum Lümmeln. Wunderbar. Der Sitzkomfort ist etwas weicher. Miro ist ein Systemprogramm, wo Sie alles bestimmen können, wenn Sie es regulär bestellen. Es gibt verschiedene Funktionen. Auszug gibt es. Es gibt einen Inkliner. Hier diese Garnitur hat von dem nichts. Hat eine mittelsofte Polsterung, etwas weicher. Ich sitze also drin nicht drauf. Ein ganz tolles weiches Leder, das Z83. Ein Anilinleder, welches versiegelt ist mit einem Heißwachs und damit einen wunderbaren Griff bekommt. Alle Naturmerkmale bleiben erhalten. Sie brauchen etwas Platz. Sie haben hier 1,67 m das Longshare, 3,44 m die lange Seite und 2,22 m die kurze Seite. Aber wenn Sie viel Platz haben, dann füllt die Garnitur das auch aus. Sie bietet eine tolle Bequemlichkeit, ein super Leder. Advertising Profischnab.de hat diese Garnitur jetzt als echtes Schnäppchen, denn Sie zahlen normalerweise um die 7000 Euro für die Kombination. Bei uns derzeit als Stück von der Hausmesse weniger als die Hälfte. Profischnab.de geben Sie oben rechts in Zukunftsfeld 24700 ein. Dann sehen Sie die Garnitur oder besuchen Sie uns in Empfingen direkt an der Bodenseeautobahn A81, 50 Kilometer südlich von Stuttgart. Profischnab.de Ihr Outlet für Markensofas. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Lutz Reinhardt von Profischnab.de. Dankeschön und Tschüss.